Okay, von Pokémon kann man aktuell halten, was man möchte, aber Pokerev hat immer die nicesten Ideen. Er ist so einfallsreich und ich habe gerade wieder ein cooles Video von ihm gefunden, welches wir uns jetzt mal anschauen. Es geht nämlich darum, this blindfold opening did not end well. Wir gucken uns mal an, was er zu sagen hat. Allein die Idee schon wieder, einfach Packs zu öffnen und sich seine Augen zu verbinden, ist mega genial. Schreibst du mal in die Kommis, wenn wir das auch mal machen sollen. Also ich finde, so alleine vom Spannungsfaktor, ja? Gucken wir mal weiter. Okay, also nicht nur Augen verbunden, sondern noch mit einem kleinen Special dabei. Alter, er öffnet also die Packs, zeigt sie uns und wird dann direkt sagen, okay, das gebe ich weg und das behalte ich oder wie. Und dann legt er das eben in diese Box rein. Ja, mega cool. Ich bin gespannt, was er so zieht. Kurze Pause hier. Also ich habe das Pack, beziehungsweise das Set ja auch aufgemacht. Ich habe diese Rai Quasa hier gezogen. Das fand ich mega nice. Ich war übel zufrieden. Ich habe diese Karte hier gezogen. Glaceon, diese Psyana mit den Büchern habe ich auf Vinted gekauft für 40 Euro. Dann hatte ich noch diese Batman-Karte, die war auch ganz cool. Aber dieses Rai Quasa hier oben, das ist halt mega krass da in diesem Dschungel. Schreib mir gerne mal, welche Karte du aus diesem Set nice findest. Also ich weiß, dass viele den Dragoran hier mögen und dass viele hier Nachtara mögen. Aber, ey, die Alternativ-Arts in dem Set sind einfach mega nice. Seine Farben sind aber auch immer so knaftig. Die sind so gesättigt, man. Oh, er ist gelaufen. Okay, Leute, ich glaube, er wird viele gute Karten weggeben. So, schnell Code eingeben. Boah, Leute, ich habe... Warte mal. Ich habe einfach so viele Codes hier. Guck mal, die sind alle nicht eingelöst. Und ja, jetzt habe ich, glaube ich, eingezeigt. Jetzt gönnt euch den. Wenn man das überhaupt sieht, ist doch egal. Hier, sieht man oder nicht? Pech, wenn nicht. Okay, gucken wir weiter. 1, 2, 3, 4. Aber er nimmt nur die letzte Karte, oder? Ich glaube, er wird nur die letzte Karte nehmen, ja. Oh, Rai Quasa, wie? Okay, cool. 2 Dollar nur? Ah, krass, ja. Die Preise sind halt echt gut gesunken, ne? Also, die letzten Monate, vor allem das letzte Jahr, sah nicht so gut aus. Schauen wir mal weiter. Okay, geil. Das ist so cool. Oh, boah, das macht Bock, oder? Ey, ich habe Bock, das selbst auch mal zu machen. Wer weiß noch, als ich mir bei Pokeref mal ein Fossil-Pack geholt habe. Das war geil. Und, ich meine, guck, ich gebe dir ein paar gute Sachen auch, weil ich möchte, dass ihr ein paar Sachen haben, aber, wie, das ist ein Spiel, das ist ein Spiel von, äh... Komm, komm. Ah, Alter, ja, nix. Oh, die Karte hat mich auch so oft gezogen, Mann. Die will keiner. Vor allem, diese Karte erinnert mich immer an Weg des Champs. Da sah die ähnlich aus, ne? Das ist, äh, das ist... Das ist gut. Das ist eigentlich ein besseres Hitschiff. Also, ich werde diesen. Sleeve diese auf, äh, nicht ableh, zu sehen. Oh, das sieht genau falsch rum. Oh, ja, ich sollte wahrscheinlich euch wissen, wie ich den Giveaway entdecken. Okay, number one, smash den Like-Potten, number two, make sure you subscribe to the channel with Notifications on. And number three, leave a comment in the comments section down below. Wie cool, wie cool. Um, yeah, 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 I got one. Oh, this one? Okay, here we go. Oh, ich glaub, ich hab was gesehen, Leute. Ich hab, ich... You see, this is what happens, when your cameraman decides not to show up to work and I have to man the cameras myself. I have to man the... Ah, Marcello! Oh, auch eine schwache Karte in meinen Augen. Ich mag auch diese Rapid Strike Karte nicht so gerne. Ähm, ich glaub, die sind wichtig fürs Spielen oder so, ne? Aber, also, vom Stil her mag ich die nicht so gern. Kameras myself. And you know what? Take this too. I don't want this. Take it anyway. Let's continue. Er ist falsch reingepackt. No, something about opening packs without being able to see what's happening. Das Problem ist halt eben die Code Karte, oder? Ist das immer noch so, dass man an der Code Karte ablesen kann, äh, ob eine Holo drin ist oder nicht? Jetzt sieht man ja... Wobei, jetzt, weil ja diese dunkelgrüne Code Karte ist, müsste ja eigentlich keine Holo drin sein. Gucken wir mal. One, two, three, four. There's no pressure right now. Like, I could just fly through these. Get to the rare. Ne, siehste? Also, dunkelgrün, keine Holo. And then I'm just gonna keep it because I know that this is the one for me. I'm gonna keep it. Actually, I don't want this. And I don't want this one. I don't want it. You guys can have it. Just take it. Haha, das ist einfach cool. It's nothing good. Let's just keep moving. Yeah, let's keep moving. Okay. Anyway, uh, this is the Code Karte, right? Ja, er ist wieder keine Holo drin, ne? And then... One, two, three, four. Oh my gosh, wait. So, oh Gott, Dean hat jetzt gespoilert. Jetzt wird das ganze Pokémon-Game nur noch langweilig. What if I didn't do the Pac-Trick on... I might have forgot to do the Pac-Trick. I don't know what's happening. What if this isn't even recording? I'm... I'm gonna keep this. Nein. Oh, aber er kann's ja nicht sehen. Deswegen ist es schon wieder irgendwie cool, ne? I'm gonna keep this one. I'm keeping that. Put it over here. Thank you. I'm also starting to think, that I'm gonna have to go through the bulk at the end to make sure that I didn't, like, accidentally screw up, not do the Pac-Trick. Was ich cool finde, ist auch das Design, ne? Also, Rayquaza ist halt auch ein geiles Pokémon. Also, ich mag Lugia lieber, aber Rayquaza ist schon doch. Ähm, wie sieht's bei euch aus? Jedenfalls, ich mag irgendwie das ganze Artwork so. Das gefällt mir. Like, you know, just left something behind. Because who knows, what's happening right now? I'm still not even 100% sure, if you guys can even see the cards on the screen. Ah, schon wieder eine coole Holo. Glaceon ist sowieso Fan-Favorite mit Evoli. I'm gonna keep this one too. I feel good about this one. This is probably, like, one of the best Pokémon out there. If you think about it, like, the top 10 Pokémon, I would easily keep this one at the top 10. Was? Top 10? Ist Top 10? Nein, nein, nein. Five, but definitely top 10. Wobei, wenn man Evoli nimmt, ja, Ansichtssache. If we're not doing this whole video correctly, ähm, I'm sorry. Like, if you're just looking ahead. Jetzt will ich mal, äh, warte mal. Top 10 Pokémon. Was? Platz 1, Andy Narlos. Was ist das denn? Mewtwo, Mewtwo, Rai Quaser. Na komm, Pokémon-Expert, hier. Gucken wir mal. Top 10. Was? Wer ist denn Andy? Wer ist das denn? Den kenne ich gar nicht auf Platz 1. Ich wollte eigentlich gucken. Gucken wir uns mal ein anderes Mal an. Aber wer ist denn dieser Typ hier? Der? Ich kenne den nicht mal. Ist der am stärksten oder wie? Ah, habt ihr den Reprint gerade gesehen? Richtig cool, ey. Like, if you're just looking at, not actually looking at the cards, facing up. Da. Ist das nicht Neo Destiny? Ist, glaube ich, Neo Destiny, oder? Ah, schöne Karte auf jeden Fall. Dann, äh, you know, I'm sorry, I just want to apologize to you guys, because I can't see anything right now. So I'm just going off of, like... Gar nichts. Mixed Rap. Like, there's no way. This is, this is gonna... Alright, let's continue here. I think we're good, you know. Er hat ein bisschen mehr an seiner Keepbox, glaube ich, ne? Ich achte die ganze Zeit darauf, ob er das hier richtig macht. Ähm, I don't know. I think everything's going according to plans. So I'm gonna keep rolling. Er hat einfach Schiss, dass die Kamera die ganze Zeit nicht läuft. ... und we're just gonna, like, honestly, just go straight through it. Get to the... Yeah! Nein! Ich dachte, es wäre ein Quaser. Ach, ja, gut, okay. Ja, ich mag das Pokémon nicht. Honestly, what you guys want, but I'm gonna... You know what? Eh. Like, this card, honestly... Aber man spürt es, glaube ich, an den Fingern. Das sagt er natürlich nicht, aber ich glaube, in den V-Max spürt man halt, weil die so einen Geriffel haben, ne? On a scale of 1 to 10, it's probably like a 3 or a 4. I might have kept that, but I'm just gonna give it to you guys. You know, it's starting to get up there a little bit, but... You guys can have that. And then I'm just gonna keep going. Yeah, so here we go. Um, oh my God, which way is the front? That's the code card, obviously. And 1, 2, uh... Oh, ich hab was gesehen! Something. And then... Uh... Yeah, that's the rare. Okay. Nein, da war ne goldne! No! Check doch, war die goldne! And now, this one's... This is such a bad card, I'm not even gonna sleeve it. I'm just gonna put it in for you guys. Let's continue! So, we're gonna grab the code card like this. And then... We're gonna... Wie, ey, einfach... Ey, er hat einfach die Goldkarte! Warte, das war ja schon... Das ist ja schon fast geplant hier. Uh... Do four. That was four, right? I did... I actually didn't count that. And we're gonna go through the junk. Junk, 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 junk. And... More junk. Ich henne mich immer bei Ampharos an Crispy Rob. Das ist ja sein Lieblings-Pokémon. Das hab ich irgendwie im Hinterkopf. Immer wenn ich Ampharos sehe. Man, es wäre so cool, wenn die irgendwie die Codes in das Booster schreiben würden oder sowas, dass man nicht mehr diese Code-Karte hätte, weil... Ich weiß nicht, ich persönlich finde das nicht so gut. Hab letztes Mal mit meinem Kumpel auch ein Evolutions-Display gerippt. Also Baby war auch dabei und so. Und da hat eben die Code-Karte auch immer viel verraten, ne? Das ist... Das ist nicht so cool, finde ich. Oder eben nur eine Kartenfarbe, ne? Also jetzt zum Beispiel Rot. Ich weiß gar nicht, ob das aktuell so ist. Müsst ihr mir mal in die Kommi schreiben. Und ich, you know, I have to do my best to try to win. Because if I lose... I mean, if I lose, I don't want to lose, I want to win. So I have to keep the best stuff. So I'm sorry, I have to keep this. And this one is going into the sleeve. As you can see. And it's going into my box. That one's mine. And, um... You know what? This pack... This pack is probably... Nah, nah. This pack is so bad. I can already tell. Just on the feel. Oof. The pack is so bad. That I'm not even going to open it. You guys can just have the pack. I'll... We'll open it at the end. Like, we're going to see at the end here. What was that? Something fall. Oh my... And that one is... You guys can have this one, honestly. I can tell, this one's probably a non-holo. Also, kurze Meinung von mir. Guck mal, das Artwork zum Beispiel ist so schwach, ne? Und das finde ich so ein bisschen schade an den aktuellen Sets. Manche Sets sind wirklich sehr schwach. Dass man irgendwie nur nach den Holos jagt. Oder nicht mal Holos, sind ja eigentlich dann die Alternativart, beziehungsweise die Fullart und so. Und den Rest irgendwie voll skippt. Also, in seiner Box sind 2 Dollar, Giveaways sind 6 Dollar. Okay. Oh! Wieder eine Evolution. Nice. Was ich mich jetzt gerade frage ist... Ne, alles gut. Sorry. Das war 4, right? Ja. Okay. Und wir gehen durch, wir gehen durch, bla bla bla. Komm! Das ist, was wir wollen. Nix. Das ist ein Banger. Ne, gar nix. Ich frage mich, ob er es fühlt. Ähm, ehrlich gesagt, wieder einmal eine, wahrscheinlich eine Top- Probably nicht eine Top-10, aber eine Top-20-Pokémon. Wait! 60% von euch, die die Videos sehen, sind noch nicht auf den Kanal abonniert. Also, ihr müsst euch jetzt abonnieren, damit wir die Lichter aufhalten. Wait, no, ich war tatsächlich... Ich war schade, ich war schade, ich war schade! Stop! Nicht schlecht. Er schneidet mittlerweile auch gut. Ich glaube, er hat sogar einen guten Cutter. Let's continue here. I'm gonna open this one up, you know, and I'm gonna give you guys the code. 1, 2, 3, 4, easy. Ähm, so let's see. Ähm, this is a Pidgey, Rattata. Äh, we got a Sphiel. We got a... Jetzt Hitmonchein, komm! Äh, Lunala, we got a Pikachu, we got a Weedle. We got a Caterpie, Metapod. Ooh, we got a, äh, something. Gar nix, da hinten, komm, Storen! And then the rare is a non-hollow, unfortunately. So I'm gonna have to give that to you guys. So, Code Card, that's the Code Card, that's four. And I'm gonna go, you know, I'm gonna go straight to the rare, because... Oh, das ging jetzt aber zackig. Hi, Dragan. Achso, das ist wieder dieser, wo ich gerade meinte, dieses Artwork ist so langweilig. Hab ich nie gesehen, nie gehört, sieht komisch aus. This is the Banger right here. This is the one that you guys all wanted to see. And I'm actually pretty happy with, so I'm gonna keep it. It's, I think it's getting hot in here. I feel like it's very hot in here. I don't even know if we're recording. That's the crazy part. Oh, ich sehe, was glitzert an hier auch. Komm! Junk, Junk. Ah. Junk and Banger. I'm keeping it, sorry. It's a competition, so, you know, I got to do, I got to try my best. 7 Dollar zu 6. And I love giving stuff away to you guys. I absolutely love giving stuff away to you, but there's no way that I'm losing this. 1, 2, 3, 4, that's, yeah. Alter, ich glaube auch, dass wenn man die ganze Zeit dieses Teil vor den Augen hat, dass man irgendwann durcheinander kommt. Guck mal, er hat so oft Probleme, sich zu koordinieren, weil er jetzt schon so lange diese Brille auf hat. Also, wenn er die tatsächlich die ganze Zeit getragen hat. This card right here, I'm giving it to you guys. I'm giving this one to you guys, right? We'll have a quick peek. Boom. Er ist tatsächlich die Rare, nicht schlecht. Alright, let's share. I'm gonna keep the one on the left. And you guys keep the one on the right. And then we'll just see what those are later. Das ist auch cool gemacht, dass er das dann zum Schluss nochmal mit Reaction öffnet, oder? It'll be like, just a little wild card. Obviously, everything is going according to the plan for me. Frage zwischendurch, welches Alternativart findet ihr besser? Also, Raikwasa bezogen. Einmal das Raikwasa, welches durch diesen japanischen Wald fliegt. Oder das Raikwasa mit dem Mädchen drauf, wo man nur die... Oder den Schweif, ist ja kein richtiger Schwanz eigentlich, ne? Komm, ziehen wir noch was Geiles. Cool, ist, glaube ich, bis jetzt die beste Karte, ne? Da ist gar nichts drin, das sieht man schon. Oh man, ich hab diesen Code-Card-Fimmel jetzt. Ich glaube, man kommt voll durcheinander, wenn man die ganze Zeit das Teile auf hat. Ich würde es gerne machen. Sind die noch gut was wert, so? Ich hab die oft gezogen, aber irgendwie... Keine, nix, da ist nix dabei! Gleichzeitig krieg ich ja auch Bock was zu öffnen, ich guck mich schon um. Ist hier irgendwas? Hallo, ich will was öffnen. Juhu! Auch cool, ne? So Special-Dinger hat er mit eingebaut, dann so langfristig. Schon wieder die Rai-Quaser-Karte? Okay. Erinnert mich ein bisschen an die Mew-Karte aus dem Mew und Gengar-Set. Wie hieß es denn jetzt? Fusionshangliff. Ich werde nicht mehr schlafen, ich weiß, wie schade es ist. Also ich werde es euch geben. Sorry, es ist eine Kompete, also ich muss mein Bestes machen. Und ich werde es einfach machen, was ich... Ich werde es gewinnen. Ich werde es gewinnen. Rare, eine andere schade, geht es euch. Was? War keine Holo, ne? Sorry, aber das ist nur das Name des Spiels. Okay, ich glaube, wir sind eigentlich... Wir sind fast aus Packs. Ja, wir sind fast aus Packs. So, like, I can't just go straight to the rare, I have to do the car trick. One, two, three, four, so I actually know where the rare is. Auch wieder nix. Oh man. Guck mal, dann hat man diesen ganzen Bulk. Mittlerweile machen wir das schon so, dass ich und meine Freundin die Karten sammeln, also den Bulk. Ich meine, ich mache sowieso aktuell nicht so viel auf, aber... Ja, vielleicht anders sieht das ja wieder in Zukunft. Und schenken dann den Bulk an irgendwie Kids und so, ne? An so Pflegeheime und sowas. That's actually a crazy good card. That's probably like PSA 10, you're talking like... 50, 100 Bucks. That's going to me. Right there. Es ist eigentlich echt krass, wohin sich Pokémon entwickelt hat, ne? Überlegt mal, die printen einfach Karten und der Markt selbst bestimmt so ein bisschen den Wert. Er sagt gerade, 100 Bucks eine Karte, ja. Überlegt mal, das ist ein Stück Papier und die haben es echt geschafft, dass solche Karten so teuer sind. Also das ist Wahnsinn. Ah, das war dieser... Dieses Haus, ne? Das ist doch hier drauf. Das ist das gewesen, ja. Hab ich noch nie gesehen, irgendwie. Aber bis jetzt schwache Karten drin, oder? Let's continue here and... Oh, this feels like a good pack. Hold on. One, two, three, four. I'm keeping this one. This one's all... That one's mine and that one's going in the sleeve. Aber Pinsir. Man freut sich immer, wenn man so die alten Pokémon zieht, oder? That one's going in the sleeve, ladies and gentlemen. Congratulations to my Box. Okay, I'm out of... Wait, I can... At this point... Eins, zwei... Oh, bis jetzt schwache Pulls. Vier Packs hat er noch. Was feiert ihn mehr, wenn er das jetzt bis zum Ende macht? Also, jede Karte zeigt so ein vernünftiges Opening, sozusagen. Oder fände ich es cooler, wenn er direkt die Rare-Karte zeigt? Das würde mich jetzt mal interessieren. Weil, ich glaube, ich finde es besser, wenn er das ganze Pack zeigt. Einfach so. Er zittert voll. Guckt euch mal seine Hand an. Warum zittert er so? Das ist nicht so cool. Oh, schick. Ist das V-Max, oder was? V-Max Aquana. Jetzt wieder Gold-Karte, so. Rare. Äh, I'm just gonna put it in mine. I don't really have time to sleep this. Äh, mine, right? Mine. Alright, the final Booster Pack. Kopschut, 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 Daumenbrück. KOM, GIB UNS REIN, KAUSER! Here we go. Code Card. Four. One, two, three, four. The Rare. I will put this one face down. What happened? Alright, let's, uh, reveal everything that's happening. Oh, willkommen zurück, Rev. Oh, it's so bright. Oh, my. Woo. What? Hold on, I have to wait for my eyes to, like. So, we're gonna start with the keep. Um, okay, let me just, can I just go, like, there we go. Okay, I'm just gonna be able to pick out one at a time here and just see. So, first card. Oh, this is a, uh. Oh, that's not a good sign. That's a reverse. This in here. Let's see what this is really quickly. Um, okay, it's a hollow. Whatever. Hollow. Oh, V-Max. Okay, nice, nice. We got a V-Max on ours. Very cool. Okay, I'll take that. Alright. What else did we have? Jetzt werde ich schon ungeduldig. Also, ich fände es cooler, wenn er einfach reingeguckt hätte, jetzt jede Karte nochmal einzeln draus. Oh, Gott. Let's start. Wait, I want to see anything. Let's start with these. I'll open that pack in a second. Uh, Lily getting a housey. I was on it with that. Okay, you guys got the Rayquaza. Fine, it's just a regular V. It's a really good regular V, but whatever. Mm, regular, it's just a hollow. V-Max, but like, I should not have given that in there. Ja, das war dieses Ding von der Boosterbox. Okay, I don't know what I was doing. Sharpedo, yeah, easy. Oh, my God, why is that not in his sleep, bro? Das ist cool. What? Oh, my God, we actually pull... Wait, I don't think I've ever... I've definitely pulled at least once, but like, I feel like I've barely have ever pulled this thing. Bro, why would I get that away? Wie cool, ne? Er, er, er traut so um die Karte, er hat so Angst, dass da so Risse reinkommen oder so. Why wouldn't somebody... Okay, I was getting here... And then, um, yeah, this was the pack that I was probably like, you know what, it's probably a dud. You guys can keep it, whatever. Yup, Drampa. Drampa. Okay, I'm afraid to know what else is in here. I'm also kind of afraid to... Komm, mach noch die Packs auf. So, da hätte er einfach reingucken können. Ich glaube, das hätte gereicht. Okay, let's just, uh, see if I accidentally, like, just, like, tossed really good cards in the bowl or something. Okay, so, okay, um, what's this card? Like, the giveaway pile. I can solve Felix! That's a terrible sign. That means that I put the rare somewhere in this bowl and pile it up everywhere. That's a very bad sign, and that's a good sign. Regular hollow, uh, regular non-hollow. Okay, should we just reveal the rest of this right now? Ooh. Shut up! Shut up! Aber er hat tatsächlich die zwei guten Evolutions zum Abgeben gegeben, ne? Yeah, I think the giveaway was probably one by now. Oh, are you joking? This can't be good. Okay, Flaphole, yeah, I just give all the Flapholes away. Calonflame. Jetzt das Pack, jetzt bin ich gespannt. Wäre so geil, wenn er jetzt was Geiles da rauszieht. I don't know how that happened. Oh, okay. Let's see. An Ampharos, that's a non-hollow. Das war's, meine lieben Freunde. Ja, cool. Das Video war auf jeden Fall mega nice, ja. Also Pokereff sowieso. Ein cooler Pokémon-YouTuber. Checkt den auf jeden Fall aus. Ja, und ich würde sagen, sehen uns in meinem nächsten Video. Bis dahin. Das Video war auf jeden Fall. Untertitelung des ZDF, 2020